Das Neuen Auge oder die drei Verdauungsschläuche, Assimilationsmünder, Orisphitien, Sphinkter, oder würde der Auswurf, der Verwurf und damit die erste Todesbegegnung in Erkenntnis dieses Polypenwesens, das wir sind, wer hat denn eigentlich den Mund eingeführt, den ersten, haben Pflanzen, schon Münder, zum Fressen, zum Vertilgen, zum Assimilieren. Als sie würde.